Letzte Woche jagte ein Highlight das andere. Zuerst habt ihr euch in die Wahlkabinen begeben, um euer Kreuzchen zu machen und somit aktiv an der Wahl eures Studierendenausschusses mitzuwirken. Und danach ging es dann zum Feiern unter dem freien Himmel bei guter Musik und typischem Festivalwetter auf das Asta Open Air. Viel Spaß! Die Grünen, das Team oder die Piraten? Nein, die Jusos haben sich mit 21% ins Stupa katapultiert. Emma und Philipp haben nachgefragt, wie sie das geschafft haben. Laut und lustig war es auf dem Asta Open Air letzten Samstag. Orga TV hat die Gummistiefe ausgepackt und mit euch den Festivalsommer gestartet. Außerdem haben unsere Moderatoren das Studio in eine Gameshow verwandelt und ein lustiges Live-Spiel vorbereitet. Das wichtigste Kreuzen macht ihr diese Woche in eurem Terminkalender. Mittwoch, 18.18 Uhr. Orga TV. Einschalten! Mittwoch, 19.19 Uhr. Bis zum nächsten Mal.